Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Lapurete Pro 8 IPL Haarentferner. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Laser Haarentfernungsgerät für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zu diesem Hilfsmittel zur Haarentfernung unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Machen wir uns nichts vor, die Haarentfernung ist vor allem eines, extrem nervig. Und deswegen finde ich es gut, dass du auf der Suche nach dem richtigen Hilfsmittel dafür bist, weil es gibt hier so unglaublich viele Möglichkeiten, heißes Wachs, Sugaring, der klassische Rasierer, vieles davon ist aber meistens nicht zielführend, beziehungsweise wie gesagt nervig vor allem. Bei einem Laser Haarentfernungsgerät haben wir schon den Vorteil der erhöhten Effizienz und des erhöhten Komforts. Bei diesem Gerät hier gefällt mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Also machen wir uns nichts vor, im Vergleich zu einem stinknormalen Rasierer, sage ich einfach mal, ist das schon eine etwas teurere Anschaffung. Aber ich bin der Ansicht, dass sie sich definitiv lohnen kann, denn du wirst ja schon deine Gründe dafür haben. Wie bereits gesagt, Haarentfernung ist ein Thema. Man hat nicht wirklich Lust drauf, aber irgendwie will man es dann doch machen. Und ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, sein Geld in hochwertige Hilfsmittel zu stecken. Denn warum solltest du dir immer 1 Euro Einwegrasierer vom Discounter kaufen, wonach deine Haut immer total ungereizt aussieht und so weiter. Wenn du noch ein bisschen mehr Geld für die effizientere Haarentfernung in die Hand nehmen kannst. Und dieses Lasergerät hier, wie bereits gesagt, gefällt mir wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass die Ausstattung für den Preis auf jeden Fall stimmt. Funktionalität kann sich sehen lassen. Auch das Design ist wirklich schick gewählt. Und ja, vor allem die hohe Effizienz rechtfertigt in meinen Augen schon den Preis. Aber wie bereits gesagt, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Das Amazon-Angebot zum Laser-Haarentfernungsgerät werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du die Haarentfernung in den Griff bekommst. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao. Ciao.